Yo Leute, hier ist auch wieder euer Table Tennis Gamer mit der Let's Play Super Mario Bros. Ui! Und wir haben im letzten Part das schöne Buch ausgemacht, wo ich jetzt aber keinen Bock hab, da den zweiten Ausgang zu finden, zu suchen, whatever. Deswegen wollen wir uns jetzt mit dem Ice Cooper... Boah, wie ich die hasse, ne? Ja, komm. Können wir mal schön vergessen. Ja, genau, 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 genau! Boah, Hilfe! Bams! Boah, Leute! Schafft man das? Nein! Ui! Bams! Bams! Drei Pilze für uns! Gut, das auch! Jetzt können wir weitermachen, Leute! Bam! Wow! Okay! Huh! Weg mit dem Koper? Ja, genau! Genau! Ja, natürlich! Kommt direkt der Nächste, ne? Ja! Seid ihr das... Ja! Von wegen! Echt ein Arschoffen! Ja! Genau! Ey, geil! Bams! Jetzt können wir den wegmachen! Boah, haben wir auch den geschafft, ey, Leute! Ich glaub's nicht! Zwei ohne Lebensverlust! Jetzt gleich können wir uns nämlich schön... Einen unserer sechs verdienten neuen Großpanzer da nehmen! Äh, Panzer! Ja, Panzer! Natürlich Panzer! Ne, Quatsch! Ihr wisst, was ich mein'n, die, ähm... Ja! Wie heißen die denn? Pilze, genau! Pilze hier! Erstmal ein Name! Jetzt sind wir wieder Big Mario! On the way! Und hier ist der erste Kastel in der dritten Welt! Wow! Und wir wollen erstmal dem kleinen Bowser wieder eins in die Fresse geben! So, erstmal ein Leben absahnen, ist natürlich klar! Gib mir einen Propeller, man! Ja, klar! Wieso denn keinen Propeller, man? Ich hab mir den doch so gewünscht! Wünscht mir den zum Geburtstag, Leute! Oh, hopp! Boah, das... Irgendwie war das blöd, meine ich! Ich fand... Ich fand das zumindest blöd, hier! So! Vor allem, weil ich gar nicht mehr weiß, wie das jetzt hier ging! Ja, genau! Ja, natürlich! Ja, wie herrlich, wie sie mich wieder... Ja, genau, ey! Ja, nochmal noch! Alles klar! Achso, was ich schon mal sagen wollte! Ich hoffe, dass das nicht wieder so ein Fail wird, wie... Letztes Mal! Also, letzten Part... Das war ja wirklich Extremely Fail Table! Ich meine, ich war ja schon mal... Wow, des Öfteren war es schlechter! Aber so schlecht! Ja, genau, wir können die wegmachen, das wusste ich gar nicht! Geil, Leute! Wow! Die Hälfte! Und jetzt gibt's hier bestimmt wieder so einen Propellermann oder einen Eismann oder einen Pinguin! Eismann! Ja, egal, wir haben nicht mitgenommen, aber sind ja eh noch versorgt! Ja! Ja, wieso habe ich den denn jetzt schon getroffen? Den braucht man für... 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 Ja! Genau! Klaro! Für ne Münze, meine ich! Da kommt jetzt oben eine, wo man... Ja, natürlich! Genau! Klar! Ja! Genau! 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 Ja! 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 Wie niedlich ihr wieder seid, ey! Dann lasst ihr mich da verrecken, oder was? Das kann doch nicht sein, Leute! Was ist das denn für ein Quatsch? The biggest quatsch ever, ey! Was ist das denn wahr? Ja, und dann... Seht mal die... Es ist Mario-Time! Alles klar, geht da da rein! Es ist Mario-Time, weißt du? Wisst ihr, er ist immer so gut gelaunt! Ah! So, okay! Jetzt aber, Freunde! Bam! Ja, genau! Wieder falsch! Boah, Leute! Wir haben das Power-Ding noch für gleich, wenn diese Riesen-Idioten kommen! Bam! Genau! So! Jetzt kommen da oben zwar nochmal welche, seht ihr? Aber... Wir haben die Lage doch schon entscheidend entschärft, Leute! Genau! Alles klar! Wow! So, achso, man musste... Genau, man musste diese Stachel-Roll-Fiecher, die erst noch... Wow! Ja, genau! Boah! Erst noch kaputt machen lassen, bevor man da was machen konnte, jetzt... Weiter! Haben wir jetzt aber nicht! Ja, da die Münze haben wir jetzt auch nicht! Hier war bestimmt noch irgendwo so ein Block, Leute! Ich weiß es doch! Hier... Hier ist meistens irgendwo... Ja! Zieht euch das rein! Wir nehmen auch den Pinguin! Pinguin... Pinguin ist cooler! Bam! Ist rein da! Jetzt wollen wir den Bowser erst mal voll rein in die Fresse geben! Oh! Ja, genau! Mit Ball! Hä? Bowser, du bist doch scheiße! Ja, genau, ne? Ja, natürlich! Du Ball-Sohn! Ah! Hopp! Äh, komm her! Yay! Und zweite Mal! Ich will den Pinguin nicht verlieren! Nein! 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 Was war das denn für ein Scheiß? Ist das denn wahr, ey? Ist das denn wahr? Kann doch nicht sein! Dann will ich doch nur das dritte Verschitz mal drauf springen! What happened? Yes! Richtig geraten, Leute! Mal schön da runter gesprungen! Was soll denn das? Ist das schon wieder so dämlich, dass es schon wieder echt dämlich ist? Kann man eigentlich schon wieder drüber lachen, über so viel Dämlichkeit? Ist schon langsam echt nicht mehr lustig! Bam! Vor allem, weil es ja echt nicht das erste Mal ist, dass ich bei dem Spiel versagt, wie so ein... Boah, hau ab! Jetzt Power-Dingen nehmen wir wieder mit! Boah, das war knapp! Zu zweit, zu dritt oder zu viert ist das wesentlich einfacher, das Spiel! Genau! Ich wollte wirklich eigentlich den Block treffen, Leute! Und dann treffe ich ihn nicht! Auch das wollte ich eigentlich noch nicht bezwecken! Ah! Ja, natürlich! Klar! Wären wir Pinguin, könnten wir jetzt... Ey, geil! Leute! Wie geil, wir sind unten runtergekommen! Habt ihr das gesehen? Wie Hammer! So, komm, hoch da! Waschlappen! Ja, genau! So! Pinguin! Guck mal her! Brum, brum, brum! So! Okay, Bowser! Wir nehmen jetzt den Second Time with you auf! Und diesmal wirst du aber schön mal selber da runterfallen! Auf deinem Eispalast! Hä? Ja, hä! Sag dir, gib dir gleich, gib dir gleich, hä! Ja, genau! So, jetzt wir machen es auf die sichere Methode! Ja, genau! Bämms! Ja, geschafft! Ja, wir haben 10 Minuten und wir haben es geschafft! Toll! Ein, ein so ein behindertes Castle nur in einem Part! Was soll das denn? Ja, hau ab! Wirst du von deinem scheiß kleinen Bruder da abgeholt, ne? Von deinem Bowser Jr! Und dann geht er ins Schiff und dann fahrt er wieder da hinten zum Big Castle oder was! So, Bowser hat sich ergeben, weiße Flagge! Naja, ergeben wohl eher nicht, wir haben ihn wohl eher zur Aufgabe gezwungen! Wir gehen jetzt ins Wolkenland weiter! Ja, und jetzt ist wieder ein Toad! Help me! So, was haben wir hier? Schöne Sache mit Pilzen! Wir wollen erstmal das erste Level mal reinschnuppern, weil jetzt gleich ist der Pachtende, Leute! Aber die Musik verspricht uns einen aufregenden Level, den wir doch noch versuchen, den wir doch noch angucken, den wir versuchen zu lösen! Ach, geil! Komm, geh sterben! Was ich schon wieder für'n Schiss hatte, dass ich totgehe, ne? Alter, lass mich doch hier hoch Ich hasse Ice Level Weil sie sind immer sooo-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho X-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-bi-li-i-i-u-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-he-ho-ho-ho-ho Oh, oh, oh Ey, da ist eine Münze drin, Leute Das wusste ich noch Ja, der T-T-Gamer weiß noch ein bisschen was Ah, wir können ja mal auf den Propeller spekulieren Ja, der ist auch schön Nee, der bindert Boah, Alter Ja, genau Ja Jetzt haben wir den da oben zwar Weggebombt, aber das wollten wir gar nicht Nein Bienenappen, komm Mach hier nicht die Biatch Bams in your face Ja, die Münze da unten So Oh, das sieht mir böse nach irgendeinem Monster-Ding jetzt aus hier Ja Oh, ihr schafft, Leute Direkt beim ersten Mal das Level Hätte ich nicht gedacht, weil das sah schwer aus Wir haben sogar alle Münzen mitgenommen, Leute Was ist das denn? Ja, da muss man doch sagen TT-Gamer Der erste Castle war Mist Aber der zweite Level Der war richtig gut Fand ich auch So, und im nächsten Part wollen wir uns dann ein bisschen hier wieder mit Items auseinandersetzen Und, 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 Leute Ja, in diesem Sinne Danke fürs Zusehen Und We see you next time, Leute Bis zum nächsten Mal Euer TT-Gamer Ciao Ciao